Hallo zusammen, ich bin Ivan Russo, schaffe ich in der Karosserie SAG. Ich bin angestellt als Karosserielackierer im vierten Lehrjahr. Heute möchte ich meine Brut vorstellen. Kommt mit! Als Karosserielackierer habe ich viel mit Autos zu tun. Ich reparieren und lackiere die Karosserie von verschiedenen Fahrzeugen. Der Beruf gefällt mir sehr, weil er abwechslungsreich ist und mit vielen Arbeitsschritten bestückt ist. So bleibt es immer spannend. Ich habe die Karosserie SAG als Lehrbetrieb gewählt, weil je viel Wert auf die Lehrlingsausbildung gelegt wird und die Stimmung im Team super ist. Auch die Lehre ist sehr abwechslungsreich. Für uns werden Lernende nicht nur in der Bewe-Malerei ausgebildet, sondern auch im Lackierzentrum, wo wir Teile für unsere Busproduktion lackieren und auch Lackierarbeiten für andere Nutzfahrzeuge und Industrie-Teile machen. So, jetzt habt ihr gesehen, was ich den ganzen Tag auf die Karosserie lackieren mache. In diesem Sommer habe ich nur den Lehrabschluss. Und nach der Lehre darf ich hier bleiben, was mir sehr freut natürlich. Ich bewirke doch jetzt, wenn einer meiner Nachfolger möchte. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf mich. Wie bitte. Untertitelung des ZDF, 2020